Filmen doch gleich meine Popel in der Nase, alle. Also, was geht ab? Hier ist euer Bobby, mein Music Space. Wir sind hier in Bad Vierbel und wir befragen Ältere, was sie von der Person auf unserem Foto halten und die Person ist? Maudrip, meine Leute. Also, viel Spaß. Was ist der Eindruck von der Person auf dem Foto ist? Oh Gott, der erste Eindruck. Ja, was soll ich sagen? Mann mit Bad, mit gewöhnlichen Nazi-Schnitt. Der guckt traurig. Wieso? Ja, der Gesichtsausdruck, so von der Seite, vom Profil ist traurig. Ist vielleicht ein Rapper? Da liegen sie leider richtig. Nein, Spaß. Also, sie liegen richtig. Das ist Rapper. Ich habe keine Ahnung. Keine Ahnung? Nein. Was würden Sie denn denken, was sein Beruf ist? Türsteher. Türsteher? Würde man meinen, ne? Nach dem Bild so. Ach, das kann man doch nicht beurteilen, wenn man jemanden so sieht. Welcher Beruf das hat. Ja, das ist die Frage wegen dem ersten Eindruck, was sie so denken würden. So von dem Bild her. Haben Sie keine Ahnung? Ne. Ne? Ne. Bei dem hätte ich jetzt schon eher gesagt Musiker oder Türsteher. Also mit Musiker liegen sie richtig. Was denken Sie denn, was sein Name ist? Ich hätte jetzt gesagt Bushido. Ja? Ne, er ist Motrip. Ist auch Musiker. Okay. Motrip. Sie sind sehr gut. Das ist sein Name. Okay. Haben Sie richtig geraten. Sehr gut. Okay. Ali? Ami. Ali? Da heißt Motrip. Und er ist Musiker. Musiker ist er. Genau. Aber nein, er ist Musiker. Ja, kann er sein. Aber dann wahrscheinlich ein Rapper. Da haben sie richtig geraten. Musiker sind das die Frage. Aber da haben sie richtig gelegen. Sein Name ist Motrip. Kenn ich nicht. Ja, ich weiß nicht. Vielen Dank.